Mirko, du machst jetzt die Geräusche für eine Szene, die Täti spielt. Bitte, ihr beiden? Mirko, denk ans Mikro. Ja. Ei, so ist recht. Und von Ihnen möchte ich wissen, was denken Sie, in welcher Sportart könnte ich erfolgreich sein? Stabhochsprung. Stabhochsprung, sehr schön. Da kommt so viel. So ist recht. Also Stabhochsprung habe ich vernommen. Kunst schon. Basketball. Sumo. Ja, klar. Hüten auf den Hackhüpfel. Wichtig. Gut, nein, also das mit dem Sumo hat mich schon überzeugt, meine Damen und Herren. Nehmen wir doch mal Täti. Okay, ich weiß nicht warum, aber du bist ein Sumo-Kämpfer. Merkwürdig. Vor deinem größten Kampf. Ja, die Menschen haben sich das gewünscht. Und Mirko macht dazu die Geräusche. Und wenn ich das nicht für das nicht mache. Also, ich weiß nicht, dass ich die Geräusche. Ich weiß nicht, dass ich die Geräusche, die Geräusche, die Geräusche. Er kommt also das mit dem Fokus. Ich weiß nicht, dass ich das mit dem Fokus schreibe. JA JA JOSE JA JOSE ORO JOSE 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Applaus 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 Oh, shaker, geh da da daa. Da Source! Da 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 Yatak! Da Da Yatak! Daígen Batak! Da bisschen was, versetne, deformation undere, das gibtsх! Oua boh! Brr.. 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 Wir brauchen eine kleine Erholung, deshalb gehen wir in die Werbung. Sollen Sie mich schrauben, sind ich gleich wieder da?